Jo und herzlich willkommen zu Teil 142 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Und einer leeren Garage. Okay, wir brauchen ein Fahrzeug. In der letzten Folge sind wir... Sorry. Also in der letzten Folge sind wir endgültig Meister des Straßenrennens geworden. Und haben dafür sage und schreibe eine Million Dollar bekommen. Das war also deutlich lukrativer als der... Na, sagt schon. Als der, als der, als der. Äh, Überfall auf das Casino. Ähm... Ähm, ja. Also, äußerst lukrativ. Und ansonsten habe ich mir überlegt, dass wir jetzt nach Mount Chilliard reisen. Oh, Entschuldigung. Denn, ähm... Denn, das finde ich eigentlich interessanter. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich vielleicht noch die... Feuerwehr-Missionen mache, aber eigentlich finde ich die gar nicht so interessant. Ich habe halt gedacht, das wäre ganz nett gewesen für zwischendurch. Ähm... Falls wir jetzt irgendwie noch, äh, bei irgendwelchen Los Santos-Missionen gescheitert wären. Also, wenn sich die Rennen da noch ewig hingezogen hätten oder was weiß ich. Dann hätte ich zwischendurch einfach mal die Feuerwehr probiert. Aber so sind die Mountainbike-Rennen doch deutlich interessanter. Ähm, ja. Wie... Wie ging das jetzt noch mal? Wie ging das jetzt noch? Ah, weh. Aha. So. Ja, alles klar. Ist ja auch schon wieder ganz schön lange her. Was? Ist ja auch schon wieder ganz schön lange her. So, ich denke, Westen müsste grob stimmen. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht direkt über militärisches Sperrgebiet fliegen. Ach, herrlich. Herrlich. So ein schönes Spiel. Ah. Risiko. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir da durchfliegen können durch das Riesenrad. Aber... Da gehe ich eher nicht von aus. Ja, Fortschritte bei Denise. Denise Robinson. Um die haben wir uns jetzt natürlich gar nicht mehr gekümmert. Aber man kann nicht alles haben. Und wir mussten ja schließlich jetzt schon oft genug mit Millie ausgehen, um die Schlüsselkarte zu bekommen. Wie sehen denn die Bäume aus? Ist aber schon ein bisschen strange. Ah. Da fehlte einfach noch was. Hier vielleicht? Oh, das könnte er wohl sein. Da müssen wir aber noch Höhe gewinnen. Oh, 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 oh. Also wenn er das denn überhaupt ist, ne? Das ist ja jetzt hier alles ein bisschen spekulativ. Man könnte mal auf die Karte schauen. Ja, doch, das muss aber hinhauen. Das muss er sein. Ja. Definitiv. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Oder können wir hier jetzt irgendwie landen? Wo ist denn oben? Hinter uns, oder? Ja, das hier dürfte oben sein. Oh Gott. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Langsam. 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 Oh mein Gott. Das hat mehr oder weniger geklappt. Ja. Cool. Jetzt sind wir in Sicherheit. Heieieiei. Das steht echt gut. Da, das Flugzeug, oder? Ja, obwohl, geht noch, ne? Ist alles im grünen Bereich. Ja, das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob wir genug Skill haben zum Abfahrtrennen. Aber ich würde das jetzt probieren. Wir haben es auf jeden Fall ein paar Mal gesteigert. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ne, es reicht nicht. Ist das traurig. Ah, okay. Dann fahren wir noch mehr Rad. Oh. Oh, oh, oh. Das hier ist schon ein kleiner Vorgeschmack. Die Rennen werden gut. Die werden richtig gut. Aber das war nicht schlecht. Müsst ihr zugeben. Ho, 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 ho. Das war jetzt auch nicht schlecht. Äh. Nein. Nein. Das war es wieder mit dem Rad. Das kommt mir doch bekannt vor, diese Szene. Diese Szene kommt mir extrem bekannt vor. Ne, da unten fliegt es noch. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie dran. Geil. Geil. Haha. Ah, wer hätte das gedacht? Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo es... Ah, da liegt es. Perfekt. Super. Dann können wir doch direkt weiterfahren. Oh Gott, fahren wir jetzt wieder hoch? Das wollte ich eigentlich nicht. Ne, wir fahren runter. Oh, okay. Da wird ja wahrscheinlich das Ziel dann immer sein. Die Frage ist halt tatsächlich, wie viel Fahrrad müssen wir jetzt noch fahren, bis wir da mitmachen können. Bekommen wir da eine Mitteilung, oder? Ups. Ups. Haha, gerne. Wenn ihr so freundlich fragt, der Herr... Oh, das Mäuerchen habe ich wohl übersehen. Ja, das ist echt doof. Die Fahrradrennen möchte ich schon noch mitnehmen. Aber wie viel fahren muss davor sein? Auf jeden Fall lernen wir jetzt mal die schönen Wälder kennen. Wobei wir hier auch, glaube ich, schon mal ein Rennen hatten, wenn ich mich nicht irre. Aber eher ein Motorradrennen dann. Ja, Ratskill verbessert. Wenn ich jetzt mal wüsste, ob das reicht. Ja, ich auch. Ich auch au. Nein, 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 nein. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Jetzt braucht man ein neues Rad. Ich bin mal gespannt. Stopp, bitte. Das stimmt. Das brauche ich tatsächlich. Ich brauche es, um ein Fahrrad zu suchen. Ähm, ich möchte gerne tauschen. Nein, 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 nein. So. Ja. Das dachte ich mir. So. Ja. Der Herr war doch sicherlich auf dem Motorrad auch viel besser aufgehoben. Oh, Los Santos schon wieder. Hey. Böser Polizist. Oh, Leute. Ihr fahrt aber ganz schön lahmarschig hier. Nicht in den nächsten See. Ah, die sind schon noch eher dürftig, die Rad-Skills. Das ist noch einiges zu tun, fürchte ich. Ich bin. Weil ich auch sicher hasse ich aufgehoben. Okay. Das ist noch eine einfache. Oh, ich möchte es nicht mehr machen. Ich muss mich mal aus. Ich muss mich mal aus. Ich muss gestehen, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich hatte jetzt nicht die Idee, dass wir jetzt noch eine ganze Folge hier einfach mit dem Rad durch die Gegend fahren. Wobei ja eh noch die Frage ist, ob wir mit einer Folge hinkommen. Aha, Konditionen verbessert ist auch super. Aber Fahrradskill wäre mir jetzt tatsächlich gerade lieber. Ich muss jetzt hier wieder eher Energie. Die Gegend von San Fierro, oder? Easter Bay Airport. Ja, ich glaube fast schon, oder? Ja. Ah, okay. Weiter geht's. Ah, Kondition wächst. Fett geht runter, aber eigentlich brauchen wir nur Fahrradskill. Okay. 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 Da geht's nicht weiter. Hier hauste der Truth, oder? Ist hier irgendwas drin? Ist hier irgendwas drin? Sieht nicht so aus. Hm, essen müssen wir bald mal wieder. Mal gerade auf die Karte schauen. Ah, eigentlich könnten wir auch eher... Ah, da gibt's noch was zu kaufen. Dann drehen wir mal um. Dann drehen wir mal um. Dann schließlich so viel Geld auszugeben. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt speichern. Also mein Plan wäre jetzt eigentlich nochmal so ein großes Upgrade zu bekommen für den Fahrradskill. Dass wir da nochmal eine Info bekommen, dass wir jetzt besser geworden sind. Ähm. Und dann würde ich am liebsten nochmal hoch auf den Berg und schauen, ob's funktioniert. Da oben. Mhm. 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 Interessant. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Also hier eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Oh! Oh! Knapp! Oh! So, die Bude da oben finde ich sehr interessant. Da möchte ich jetzt schon eigentlich wissen, was da auf uns wartet. Leider ist der Tunnel hier ewig lang. Oh, CJ, komm. Wo kann man hier überhaupt jemals wieder raus? Ah, das war über uns. Oh, Mann. Oh, Mann. Aha. Aha. Oh, Entschuldigung. Ah. Ärgerlich. Das muss ja da auf diesem Berg oben drauf sein, oder? Das Haus. Wie kommen wir denn da hoch? Wahrscheinlich am ehesten mit dem Jetpack. Aber das will ich jetzt nicht noch holen. Ist auch noch ein Fluss dazwischen. Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig. Bendevo, move! so was ist das hier ist auch ein cooles haus aber nichts dass man kaufen kann das ist auch kein haus das ist er vom fernsehen offensichtlich schon so karte da ist das bin ich ja mal komplett falsch herrlich herrlich so stopp ich muss noch mal auf die karte schauen ja hier jetzt rechts runter ja einfach komplett rechts runter hey nicht nett prinzip bin ich einfach kommt komplett in die falsche richtung gefahren da oben muss es sein ich glaube auch nicht oder doch oder doch nicht oder doch oder doch nicht doch da oben wie kommen wir darauf wie kommen wir denn dort hinauf ich habe es ich habe es Ah, schönes Wetter. Ja, da haben wir es. Eine Farm. Oh, nein! Oh, so, wo kann man denn jetzt hier kaufen, bitte? Da. Das werde ich jetzt tun. 100.000. Holla, die Waldfee. Aber wir können es uns ja leisten. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Haben wir hier eine Garage? Das wäre ganz nett. Einen Trecker haben wir. Ich stelle das Bike mal dazu. Das ist natürlich die Frage, ob das hier gespeichert wird. Ich wage es fast ein bisschen zu bezweifeln. Versteck. Ja, sieht leider recht standardmäßig aus. Ja, ich hatte ja schon fast überlegt, ob ich jetzt nicht doch hier speichern gehe. Aber ich fahre noch mal zum Mount Chilliard. Mal gucken. Ach, jetzt ist der Trecker weg. Dafür das Fahrrad da. Das ist okay. Das ist in Ordnung. So, wie kommen wir jetzt zum Berg? Wie kommen wir dorthin? Oder erste Frage, wie kommen wir hier raus? Hervorragend. Ähm... Ähm... Eher mal so, würde ich sagen. Jetzt schauen wir noch mal auf die Karte. Ja, kann man meinetwegen so machen. Ist in Ordnung. Vielleicht auch hier runter. Baum! Und jetzt... Andersrum. Ja. Einfach... Nee, warte mal. Ja, andersrum ist richtig. So. Und jetzt... Ja. Was ist das denn? Was geht da? Ja. Das wäre echt super, wenn wir jetzt nochmal ein großes Upgrade für den Rad-Skill bekämen Oder das Rad-Skill Der, die, das Rad-Skill Da würde ich mich schon freuen Ah ja, danke Das war sehr freundlich Oh, come CJ Oh Gott, das werden so üble Abstürze Oh, werden das üble Abstürze Werden das hier üble Abstürze Oh Gott Ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Das sieht schon relativ brutal aus Hilfe, Aliens! Wahrscheinlich sind es Wolken, vermute ich fast mal. Oh, Rad-Skills sind jetzt aber doch mittlerweile ganz schön hochgegangen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Hier dürfte stimmen. Oder? Stopp. Hier, okay. Das könnten auch tatsächliche tödliche Abstürze werden. Und wir müssen essen, dringend essen. Ja, aber in Angel's Pine gibt's, glaube ich, oder Angel Pine gibt's, glaube ich, einen Burger- oder Pizzaladen. Oder vielleicht sogar einen Cockadoodledoo. Das wäre natürlich am allerbesten. Oh Gott. Knapp. Boah, hoffentlich müssen wir die nicht komplett voll haben hierfür. Ich meine, so viel fehlt da jetzt auch nicht mehr, aber mir wäre es ganz recht, wenn das jetzt so ausreichen würde. Dann schauen wir mal. Puh. Oh. Ja. Hammer. Boah, geben die Gas, geben die Gas. Okay, ich meine, die fliegen auch ordentlich runter, aber... Das ist ein annoyinges Scream. Der Start. Unglaublich. Oh nein. Nein. Ich habe das. Das ist ein guter Schmack. Nein. Nein. CJ. Ich habe das. Ich habe das. Hahaha. Ja, vielleicht ist das Geheimnis auch einfach, dass man gar nicht so schnell fahren muss, sondern einfach nur versuchen muss, ohne allzu viele im... Na ja. Ohne sowas halt. Vielleicht reicht das schon. Jetzt fahre ich rauf. Stimmt das so? Scheint zu stimmen. Scheint zu stimmen, ja. Ja. Ja, das könnte tatsächlich noch ein großer Spaß werden hier. Ja. Nice. Ah, sogar Zweiter noch. Unglaublich. Ah, Zweiter ist nicht Erster. Aber es macht mir ein bisschen Hoffnung. Also man scheint hier doch schon Chancen zu haben. Ja, hier können wir auch noch ein Haus kaufen. Das würde ich dann auf jeden Fall schon mal machen. Für 20.000. Das ist ja lächerlich. So, dann können wir hier noch was essen. Pizza ist es tatsächlich, oder? Ne, Klackenbell. Hammer. Äh, hier. Well, hello, a doodle doo. Ah. Riesengacker-Imbiss. Und ich glaube, bestimmt dreimal oder so. Klack, 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 Sir. Enjoy your doodle doo. Dankeschön. Jetzt würde ich mal schauen, gab es hier nicht irgendwie ein Motorrad auf unserem alten Speichergelände? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee. Gibt es nicht. Also habe ich falsch in Erinnerung. Schade. Ah, ich hätte aber gerne ein Motorrad, um gleich den Berg hochzufahren. Ich meine, vielleicht geht das auch mit dem Auto, aber mit dem Motorrad stelle ich es mir auf jeden Fall entspannter vor. Ah, danke. Haben wir denn eine Garage? Was ist das? Eine schutzsichere Weste? Kugelsichere Weste? Ja, sieht so aus. Cool. Wieder was entdeckt. Ja, aber garagenmäßig sieht es leider schlecht aus. Oh man, Mist. Ja, dann hat das wahrscheinlich mit dem Motorrad jetzt auch nichts gebracht, aber wir werden wieder eins finden. So, also die Rennen sind freigeschaltet. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch jede Menge heiße Action. Ich bin gespannt, wie viele Folgen das auch in Anspruch nehmen wird. Es werden einige sein. Aber für jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bis bald in Angel Pine. Macht es gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.